Servus Leute, jetzt ist schon doch wieder einige Zeit vergangen, wo ich mich gemeldet habe, über die höchste Zeit seit der Weltmeisterschaft sind jetzt schon auf den Tag genau zwei Monate vergangen. Seitdem hat sich viel getan in meinem Leben, es war sehr turbulent, eigentlich die turbulente Zeit in meinem Leben bisher. Viele Empfänge, viele Veranstaltungen, viele PR-Veranstaltungen. Ich habe versucht wieder ins normale Leben zurückzufinden, habe wieder angefangen zu arbeiten, nebenher wieder viel zu trainieren. Die Vorbereitungen laufen schon wieder. Ins Bundesliga-Geschäft bin ich seit ein paar Wochen auch wieder eingestiegen, wo ihr bestimmt schon gesehen habt, wo mir zum Glück auch sehr erfolgreich gelungen ist. Ja, wie geht es bei mir weiter? Die Pläne für die Olympischen Spiele laufen schon. Seit zwei Wochen bin ich in die intensive Vorbereitung eingestiegen. Ein Highlight wartet dieses Jahr auch noch auf mich. Neben der Bundesliga werde ich Ende November, am letzten Wochenende, noch beim Golden Grand Prix in Aserbaidschan in Baku an den Start gehen, wo wirklich auch nur die Crème de la Crème am Start sein wird. Das wird nochmal ein kleiner Höhepunkt für mich werden. Und sonst geht auch schon die Bundesliga-Endphase los, die Endrunde. Da freue ich mich riesig drauf mit dem ASV Nending, um den dritten Stern zu kämpfen. Und ja, dann werden wir noch schauen. Ich werde mich dieses Jahr nochmal bei euch melden. Wünscht mir Glück und bis bald. Ciao, euer Frankie. Bis zum nächsten Mal.